Das Indikatorenfenster beinhaltet vier Reiter, welche Ihnen in einer besonderen grafischen Form Berechnungen der Wahrscheinlichkeiten für die zukünftige Entwicklung des Marktes liefern. Im ersten Reiter Trend finden Sie das Trendmodul in Form eines Dreiecks. Hier wird das Trendverhalten des Marktes optisch dargestellt und verdeutlicht. Wie bei vielen anderen Tools des GoPro Traders auch, finden Sie oben links das Auswahlfeld für das Handelssymbol. Und rechts daneben das Auswahlfeld, auf welche Zeitebene sich diese Indikation bezieht. Für Aufwärtstrendphasen ist ein aufsteigender blauer, für Abwärtstrendphasen ein fallender roter Balken zu sehen. Damit Trends möglichst am Beginn der Bewegung gehandelt werden, sind Kaufeinstiege im Bereich des Punkt 1 sinnvoll. Für Verkaufsoptionen in Trendrichtung empfiehlt sich der Punkt 9 als Einstieg. Der besondere Vorteil dieses Moduls besteht in der Indikation, wie lange ein Trend noch anhalten kann, beziehungsweise wie weit er schon fortgeschritten ist in Relation zu seinem zu erwartenden Höhepunkt. In welcher Phase sich der Trend gerade befindet, ist immer an der gelb hinterlegten Zahl zu erkennen. Im Reiter Swing finden Sie ein Tool, was einer Sinuskurve gleicht. Dieses Modul ist eher für wenig volatile Marktphasen gedacht, die oftmals Zeitwärtsbewegungen signalisieren, in denen der Kurs zwischen Unterstützung und Widerständen schwankt. Eine beginnende Abwärtsphase wird hier durch den Punkt 5 signalisiert und endet im Punkt Nummer 12. Ab dem Punkt 13 beginnt wieder eine Aufwärtsphase, die im Punkt Nummer 4 ihren Höhepunkt findet und wieder in eine Abwärtsphase übergeht. Das Swing-Modul eignet sich besonders für Scalper und Händler, die kurzfristig am Markt agieren. Das dritte Modul im Indikatorenfenster finden Sie im Reiter MOM. MOM steht dabei als Abkürzung für Momentum. In diesem Tool wird Ihnen die Schwungkraft, die gerade dem Markt inne wohnt, in einer einzigartigen grafischen Form angezeigt. Je nach Stärke des Momentums füllen sich die Balken im positiven Bereich blau und im negativen Bereich rot. Blaue Balken zeigen mehr Kaufinteresse und rote Balken mehr Verkaufsinteresse an. Je mehr blaue Balken angezeigt werden, desto größer ist das Aufwärtsmomentum. Im Zusammenspiel mit einem nach oben gerichteten Trend ist dies ein Zeichen von wirklich steigenden Kursen. Umgekehrt zeigen viele rote Balken bei einem abwärtsgerichteten Markt an, dass tatsächlich eine fallende Bewegung in der ausgewählten Zeitebene stattfindet und sich die Kurse nicht nur in einer Seitwärtsbewegung aufhalten. Der Reiter SAM bietet Ihnen die Informationen der einzelnen eben besprochenen Tools nochmals in einer einzigen Darstellung. Somit haben Sie mit nur einer Ansicht alle wichtigen Zeitebenen eines Handelssymbols im Blick. Die Bezeichnung sehr kurzfristig gilt dabei als Indikation auf Trendverläufe, die Sie innerhalb der nächsten 30 Minuten erwarten können. Kurzfristig meint hier die Betrachtung des Marktes von 30 Minuten bis zu 4 Stunden. Die Berechnung mittelfristig spiegelt die Berechnungen des GoPro Traders für die Erwartungen von 4 Stunden bis zu einem Tag wieder. Einen Überblick über den Tag hinaus erhalten Sie unter der Bezeichnung langfristig. Laden Sie den GoPro Trader jetzt kostenfrei herunter. Es warten zahlreiche Videos auf Sie, in denen Sie Ihre neue Trading-Software samt all Ihren einmaligen Funktionen kennenlernen. Der GoPro Trader holt das Beste aus Ihrem Börsenhandel. Eröffnen Sie jetzt ein Demokonto oder Echtgeldkonto. Unsere Forex- und CFD-Rechner werden innerhalb von 24 Stunden für Sie freigeschaltet.